Ich möchte Ihnen heute das Kuhlmann Flex Touring Set vorstellen. Hier noch verpackt. In der Verpackung selber die verschiedenen Teile des Sets. Ich werde jetzt näher auf die einzelnen Teile eingehen. So zum Beispiel ein praktisches Dreibeinstativ, schnell aufgebaut, leicht und klein, ideal für unterwegs, also für den Reisefotografen. Dann eine verstellbare Mittelsäule, die schnell arretiert ist und das Stativ dann einen sehr stabilen Halt hat. Außerdem ein praktischer Saugnaff. Mit diesem kann man zum Beispiel auf glatten Oberflächen wie Glas oder Metall das Stativ sehr schnell befestigen und ist jetzt dann stabil und fest am Untergrund und kann zum Beispiel mit der mitgelieferten Mittelsäule benutzt werden. Und so kann man auch an sehr glatten und flachen Oberflächen sogar im seitlichen Zustand eine stabile Position für seine Kamera schaffen. Außerdem ein praktischer Kugelkopf. Dieser kann flexibel auf die verschiedenen Elemente des Sets angebracht werden. In diesem Beispiel setze ich ihn jetzt mal oben auf den Stab, den wir zuvor auf die Mittelsäule, die wir zuvor auf dem Saugnaff befestigt haben. Und dieser ermöglicht einem volle Flexibilität bei der Aufnahme und ist schnell arretiert und sitzt dann bombenfest. Außerdem ein kleiner praktischer Kamerateller. Dieser wird auf der Unterseite der Kamera angebracht und so kann man dann, wenn es mal schnell gehen muss, die Kamera an jedes Teil dieses Sets schnell anbringen und auch wieder abmontieren. Außerdem eine sehr stabile eluxierte Metallklemme. Mit dieser ist es möglich, mit einem maximalen Abstand von 60 mm die Kamera zum Beispiel an Rohren oder Tischen oder etwas flacheren Gegenständen festzumachen. Aber zum Beispiel, wie in diesem Beispiel auch, mache ich das jetzt mal an diesem Stativbein. Schnell befestigt, sehr stabil. Hier oben wieder der Kamerateller, auf dem man zum Beispiel auch die Kugelkopf anbauen kann. Außerdem ein metallerner, sehr stabiler Erdspieß. Mit diesem ist es möglich, die Kamera auch unterwegs, zum Beispiel in der Erde oder auf sandigem Grund stabilen Halt zu schaffen. Ideal für Makrofotografen, die in der Natur eine schnelle Möglichkeit brauchen, bei der Makrofotografie zum Beispiel einen stabilen Untergrund zu schaffen für Langzeitbelichtungen bei extrem geschlossener Blende. Das ganze Paket wird abgerundet mit einer praktischen Tragetasche, geschlossen hier mit einem Klettverschluss. In dieser ist Platz für alle Gegenstände aus diesem Set, so dass man wunderbar das komplette Set für unterwegs mitnehmen kann und eigentlich für jede Situation gewappnet ist. Die einzelnen Teile sind miteinander kombinierbar. Eigentlich braucht der Fotograf nichts weiter. Cauš 국ongratives integriert Auch Dinge zu